Hättest du jemals einen Traum, für dein Lieblingsfußballteam zu spielen? Oder eines Tages im Zirkus aufzutreten? Was auch immer du tun willst, vergiss auf keinen Fall. Folg immer deinen Träumen, egal was sie auch sind. Folg immer deinen Träumen, du wirst es schaffen. Es kann am Anfang schwer sein, gebe immer dein Bestes. Übe fleißig und du schaffst es. Was auch immer du tun willst, vergiss auf keinen Fall. Folg immer deinen Träumen, egal was sie auch sind. Folg immer deinen Träumen, du wirst es schaffen. Ein Doktor, ein Maler, ein Tänzer, ein Rapper, ein Schwimmer, ein Lehrer, ein Feuerwehrmann, ein Pfleger, Schauspieler, ein Anwalt, ein Dichter, ein Forscher oder Weltraumpilot. Folg immer deinen Träumen, folg immer deinen Träumen, egal was sie auch sind. Ein Doktor, ein Maler, ein Tänzer, ein Rapper, ein Schwimmer, ein Lehrer, ein Feuerwehrmann, ein Pfleger, Schauspieler, ein Anwalt, ein Lichter, ein Forscher oder Weltraumpilot. Ich bin mir felvertrauen auforieglücklich. Vielen Dank.